Heute Morgen wird das Rewe-Lager in Oranienburg bestreikt, denn der Großhandel, der hat zwar ordentlich verdient an der Krise, aber er will nichts davon oder fast nichts weitergeben an die Angestellten, die wir als systemrelevant ja alle bezeichnet haben, die wir auch unterstützen wollen, aber Geld sollen sie nicht mehr kriegen. Das verstehen wir nicht, deswegen ist Die Linke hier in Oranienburg vor Ort und unterstützt die Streikenden. Wir wollen 6 Prozent! Wir wollen 6 Prozent! Wir wollen 6 Prozent! Wir sind heute hier im Alltag! 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 Was es jedenfalls nicht geht, ist, dass die, die die großen Lasten der Krise getragen haben, jetzt auch noch dafür bezahlen sollen. Das lassen wir uns nicht gefallen, da könnt ihr uns link an eurer Seite wissen. Wir werden mit euch kämpfen, im Bundestag, auf der Straße und wo immer ihr es brauchen könnt. Macht weiter so und danke. Mein Name ist Franziska Fulong von der Gewerkschaft Verdi. Ich bin die Verhandlungsführerin für den Tarifbereich Großem Außenhandel Berlin-Brandenburg. Die Beschäftigten und Verdi-Mitglieder fordern 6% mehr Lohn und Gehalt und Ausbildungsvergütung. Ein Mindestarif von 12,50 Euro die Stunde, eine Laufzeit von 12 Monaten und die Allgemeinverbindlichkeitserklärung unserer Tarifverträge in der Fläche. Die Beschäftigten streiten hier heute ganz fleißig das erste Mal auch bei der Rewe hier in Oranienburg und machen sehr deutlich, dass der Druck auch aus den Betrieben kommen muss. Denn rein am Verhandlungstisch werden wir unsere Forderungen nicht durchsetzen können. Das hat die Arbeitgeberseite uns bisher schon sehr deutlich gemacht und deswegen zwingt sie uns hier auch heute in den Warnstreik. Das hat die Arbeitgeberseite uns hier auch heute in den Warnstreik. Das hat die Arbeitgeberseite uns hier auch heute in Warnstreik. Das hat die Arbeitgeberseite uns hier auch heute in Warnstreik. Das hat die Arbeitgeberseite uns hier auch heute in Warnstreik. Das hat die Arbeitgeberseite uns hier auch heute in Warnstreik. Vielen Dank.